Okay, Logitech hat gerade seine günstigste 1080p-Webcam für nur etwa 40 Dollar herausgebracht, die Logitech Brio 100 Serie, aber lasst uns herausfinden, ob sie gut ist. Kann sie es mit der Logitech C920 aufnehmen, die heutzutage nur ein bisschen mehr kostet? Lasst es uns herausfinden. Also, das hier ist die Logitech Brio 101, in diesem Fall ist sie Teil der Brio 100 Serie. Wissen Sie, ich möchte Ihnen zuerst zeigen, wie die Kamera standardmäßig aussieht und wie sie klingt. Dann möchte ich einige der Software und Einstellungen durchgehen. Ich möchte das Bild optimieren, während ich das alles mache. Dann möchte ich Ihnen sozusagen meine wichtigsten Gedanken zur Logitech Brio 101 mitteilen. Okay, das hier ist das Standardbild und der Standardton der Logitech Brio 101. Ich stehe etwa einen Meter vom Objektiv der Kamera entfernt, schaue direkt in die Kamera und spreche direkt in das Mikrofon, das wieder etwa einen Meter entfernt auf mich gerichtet ist. Ich verwende ein Hauptlicht, das sich hier rechts links von mir befindet und etwa 5000 Kelvin hat. Der Hintergrund ist blau. Ich glaube, es lässt meine Hauttöne etwas orangen werden. Ich glaube, es misst den gesamten Rahmen. Sagen Sie mir in den Kommentaren, was Sie vom Standardbild halten, aber bleiben Sie woanders, denn ich werde das Bild optimieren und auch versuchen, den Ton zu optimieren, damit es besser aussieht. Also gut, das war das Standardbild. Jetzt ist ein Teil der Geschichte rund um diese Kamera. Und dann bekomme ich viele Fragen zu den 300R und 500R Serien anderer Brio Kameras. Was bedeuten die 100R, 101R oder 103R? Diese Arten von Bezeichnungen. Was bedeuten sie? Die 100R kennzeichnet es als Einzelhandelsprodukt. Das bedeutet, dass die Schachtel etwas einzelhandelsfreundlicher sein wird, mehr Farben, normalerweise ein glänzenderer Karton. Die Geschäftsverpackung sieht eher so aus. Sie können sehen, es ist eine Art normale braune Schachtelverpackung und das Innenleben davon besteht es auch aus reseißelbaren Materialien, was die Verpackung der Kamera betrifft. Aber der Hauptgrund dafür ist, dass es etwas nachhaltiger und umweltfreundlicher ist und viel weniger Abfall verursacht, was Unternehmen betrifft, die hunderte oder tausende oder zehntausende davon kaufen, um ihre Belegschaft auszustatten. Das ist jedoch nicht der einzige Unterschied, nicht nur die Verpackung. Ein weiterer Unterschied, den Sie sehen werden, ist, dass die Software, die die 100R-Serie im Vergleich zur 101R und 103R-Serie und anderen unterstützt, darin besteht, dass die 100R-Serie dazu neigt, mit Logitech G-Hoop zu funktionieren. In diesem Fall erkennt Logitech G-Hoop die Logitech Brio 101 nicht, aber die Logitune Software, die ich sehr mag, erkennt die Logitech Brio 101 tatsächlich. Sie erkennt auch, ich habe eine 301 und eine 501, also werden alle über die Logitech Logitune Software abgestimmt. Das gefällt mir eigentlich, weil der G-Hoop eine sehr leistungsstarke Anwendung ist, aber weil er so viele verschiedene Produkte unterstützt, unterstützt er das RGB-Beleuchtung, zum Beispiel für Tastaturen und Mäuse und für deren Lichter und auch für Webcams. Das kann ziemlich schwer werden und viele Dinge tun, die Sie aus IT-Sicht nicht unbedingt brauchen, wenn Sie Geräte verwalten, zum Beispiel mit Tools wie Intune oder Konfiguration Manager für Microsoft. Das bedeutet, dass Dinge wie Logitune etwas besser ausgestattet sind, was weniger Gewicht und einfachere Bereitstellung angeht, aber immer noch die Steuerelemente haben, die Sie brauchen, um Ihre Kameraeinstellungen vorzunehmen und diese Kameraeinstellungen nach dem Neustart beizubehalten. Das ist also sozusagen die Software-Geschichte. Sie werden diese Software verwenden, um die Einstellungen für das Bild und den Ton anzupassen. Sie können Tools wie OBS verwenden oder zum Beispiel VoiceMeeter, um den Ton zu optimieren. Nachdem Sie nun das Standardbild gesehen und den Standardton gehört haben, möchte ich Ihnen zeigen, wie ein leicht optimiertes Bild aussieht. Vielleicht kann ich einige der Orangetöne auf meiner Haut loswerden. Töne, also, jetzt sehen und hören Sie die Logitech-Brio mit ein wenig Feinabstimmung und Feinabstimmung des Bildes und des Tons. Ich verwende die Logitune-App nur für die Bildanpassungen, da dies wahrscheinlich die App ist, die Sie normalerweise für Dinge wie Microsoft Teams oder Zoom verwenden, oder wenn Sie streamen, verwenden Sie diese möglicherweise zusammen mit OBS. Aber OBS ist ein etwas fortgeschritteneres Szenario. Ich denke, nur für das Bild habe ich Dinge wie den automatischen Weißabgleich und die Kompensation für schwache Lichtverhältnisse standardmäßig aktiviert. Ich habe beide deaktiviert. Den automatischen Weißabgleich habe ich auf 3863 eingestellt. Normalerweise sind alle Standardeinstellungen für Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe auf 128 eingestellt. Also habe ich die Helligkeit auf 125 heruntergesetzt, also nur ein kleines bisschen. Den Kontrast habe ich um zwei Punkte auf 130 erhöht. Die Sättigung habe ich um 10 Punkte auf 118 gesenkt. Und die Schärfe habe ich versucht, etwas von dem Rauschen hinter mir in der Situation mit schwachen Lichtverhältnissen loszuwerden. Ich habe das auf 89 runtergesetzt, nur um zu sehen, ob das hilft. Und dann habe ich aus Audiosicht die Mitten ein bisschen rausgenommen. Also habe ich die Mitten auf minus 3,1 dB am 3-Band-EQ runtergedreht, um OBS-Soundfilter zu verwenden. Und ich habe auch die Grundtöne um etwa 8,7 dB hochgesetzt, um ein bisschen mehr Bass zu haben. Weil ich wieder so weit vom Mikrofon weg bin. Und ich habe die Höhen und die Spitzen mehr oder weniger dort gelassen, wo sie standardmäßig bei 0,1 dB waren. Nur um zu sehen, wie das klingt, es wird immer noch ein bisschen heilig sein, denke ich, weil ich ungefähr einen Meter vom Mikrofon und der Linse entfernt bin. Aber das gibt Ihnen eine Vorstellung davon, was Sie mit einer Art Standard-Audio mit dem Rahmen machen können, den ich in diesem Fall hier habe, der mehr oder weniger schulterhoch mit dem Logitech Brio ist. 101 Also gut, gehen wir einige der Spezifikationen des Logitech durch Brio 100 Serie, was zutrifft. Wenn Sie die 100 oder die 101 haben, also in Bezug auf die Höhe ist es 1 und 1 Viertel Zoll hoch. Im Grunde etwa 32 mm hoch. Die Breite ist etwa 2,9 Zoll oder 73 mm breit. Es ist ziemlich klein. Die Tiefe ist 2,6 Zoll oder 66, fast 67 mm. Und es wiegt nicht viel. Es sind etwa 2,65 Unzen oder 75 G. Also eine Sache, die ich hervorheben möchte, wenn ich mir das Profil der Kamera anschaue. Können Sie sehen, dass das Objektiv, das ungefähr dort ist, wo ich meinen Finger habe, tiefer liegt als der Montagepunkt. Und der Grund, warum die Leute das machen, und ich sehe viele Beschwerden über Monitore mit dünnerem Rahmen, weil sie manchmal ein wenig vom Monitor verdecken. Aber die Idee hier ist, dass das Objektiv der Webcam so nah wie möglich an Ihrem Bildschirm ist, damit Sie, wenn Sie Dinge wie Teams oder Zoom verwenden und vorausgesetzt, Sie haben die Galerie oben, besseren Blickkontakt mit den Leuten haben, während Sie schauen auf Ihren Bildschirm, anstatt nach unten zu schauen und mit Leuten zu sprechen. Es sieht ungefähr so aus, aber wenn Sie ganz nah an Ihrem Monitor sitzen und darauf schauen und vielleicht nur ein wenig nach unten auf den Bildschirm blicken, sind Sie in Bezug auf den Augenkontakt nicht ganz so von anderem getrennt. Deshalb machen Sie das. Wir haben bereits die verschiedenen Auflösungen und Bildraten in OBS besprochen. Außerdem sollten Sie wissen, dass es diesen Sichtschutz gibt. Ich habe das in OBS getestet. Sie können diesen physischen Sichtschutz verwenden, um die Linse abzudecken, damit Sie sicherstellen können, dass Sie nicht aufgezeichnet werden. In der Mitte befindet sich ein Mikrofon, das Sie nicht blockieren möchten. Sie sollten es also ganz auf die andere Seite schwenken. Jetzt sind Sie in einem filmbereiten Zustand. Es gibt eine LED-Statusleuchte, die Sie darüber informiert, ob die Kamera läuft. Eine Sache, die Sie hier beachten sollten, ist, dass die Kamera selbst einen USB-A-Eingang hat, was für viele Leute eine gute Nachricht ist, wenn Sie USB-Geräte an Ihrem Computer haben. Ihre Maschinen haben jetzt ein ziemlich enges Sichtfeld, also 58 Grad, wovon ich sagen würde, dass die meisten Kameras bei 70 Grad, 68 Grad bis 72 Grad liegen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich im durchschnittlichen Bereich. Einige der Weitwinkelkameras wie die Brio 4K haben ein Sichtfeld von 90 Grad. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Kamera etwa einen Meter von meinem Mund entfernt haben musste, was auch der Grund dafür ist, dass der Ton viel mehr halte als beispielsweise bei einer Kamera mit 90 Grad Sichtfeld, die ich näher an mich heranbewegen kann, aber die trotzdem mehr oder weniger gleich groß aussieht und den gleichen Rahmen hat. Also meine allgemeinen Gedanken zu der Kamera für 40 Dollar. Ich denke, sie ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ich denke, sie ist eine solide Kamera, der Weißabgleich ist ein bisschen komisch, eh, weil ich ein schwarzes Hemd trage und einen blauen Hintergrund habe, wird es ein bisschen orange. Ompa Loompa ist auf den Hauttönen und misst über den gesamten Rahmen. Weshalb es mir irgendwie diese Hauttöne gab, als ich meine Arme so hoch hob, es würde dann, eh, den automatischen Weißabgleich auf etwas etwas natürlicheres ändern. Aber ehm, Sie wissen, der Algorithmus, die Art der Einstellungen oder die automatische Abstimmung der Kamera ist nicht ganz richtig, aber wenn sie einmal eingestellt ist, denke ich, sieht sie wieder ziemlich gut aus für diesen Preis. Sie klingt auch ziemlich gut, eher aus der Mikrofon-Perspektive, und ich habe es versucht, und Sie können das Video auf dem Bildschirm sehen. Aber dieses hier ist eigentlich ziemlich solide in Bezug auf Bild- und Tonqualität, eh, Schwächen. Ich würde sagen, es gibt einige Hintergrundgeräusche, die Sie werden feststellen, dass es möglicherweise nicht auf der YouTube-Aufnahme zu sehen ist, da der YouTube-Komprimierungsalgorithmus wahrscheinlich einige der Hintergrundgeräusche glättet. Außerdem würde ich sagen, dass die Schärfe nicht messerscharf ist, selbst für eine 1080p-Kamera, aber sie ist ziemlich solide und für 40 Dollar kann man sich nicht wirklich beschweren. Ich mag den Sichtschutz. Ich mag die Art von Logi-Tune-App im Allgemeinen und nach Bildoptimierungen finde ich, dass sie ziemlich gut aussieht und in vielen Fällen wird das Bild, das durch Microsoft Teams oder Zoom geht, ein wenig komprimiert. Es könnte sogar auf 720p herunterskaliert werden und Sie wissen, dass es in der Regel viel solider ist als Ihre E. Sie wissen schon, in vielen Fällen die Rahmenkamera auf Ihrem Laptop und es wird eine Verbesserung dafür sein. Das sind also meine Gedanken zur Logitech Brio 100 Serie. Ich würde sie für 40 Dollar empfehlen. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr als das für die Brio 101 oder die 100 Serie bezahlen, aber es ist eine solide Kamera mit solidem Bild und solidem Ton. Wenn Sie das Bild ein wenig verfeinern, werden Sie mit dieser Kamera zufrieden sein. Also wenn diese Rezension für Sie von Wert war, klicken Sie unbedingt auf die Schaltfläche, gefällt mir und sehen Sie sich dieses Video an, indem ich alle verschiedenen Logitech Kameras ab 2023 durchgehe, damit Sie sehen können, wie Sie im Vergleich abschneiden. Abschneiden, damit Sie sie sozusagen mit dieser hier vergleichen können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.